Hallöchen, ihr Barnausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ozone Nr. 3. So, jetzt müssen wir ganz kurz Admin-Tätigkeiten machen. Äh, warte mal. Set Home. So. Born. Petty, genau. Oh, hey. Interportet der mich einfach unter dem Liegen. Aber das Gute ist, dass die Sachen oben bleiben. Mach ich die Set Home hier. So. So, kurz Admin-Tätigkeit gemacht. Und ich wollte nochmal sagen, ich hatte jetzt schon eine Anfrage gekriegt, wenn wer mitspielen möchte. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zur Community. Und wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr auf unserem Forum. Und da einfach registrieren, anmelden, oben, Discord-Synchronisation machen, damit ihr vollwertiges Mitglied der Community seid. Und dann könnt ihr einfach, ähm, unter Minecraft-Servervorstellungen und so weiter, könnt ihr euch durchlesen. So. Wer Twitch nicht gucken sollte, weil normalerweise haben wir eine View-Zeit von 6 Stunden vorher. Ähm, der kann aber auch, ähm, wenn ich den schon ein bisschen kenne aus den Kommentaren oder so, ähm, so mitspielen. Also, wie gesagt, guckt, dass ihr auf jeden Fall der Community beitretet und dann unter Server-Vorstellungen könnt ihr halt schauen, wie das alles funktioniert. Das ist halt das Wichtigste. Und wir waren bei der Tinker-Schmelze stinken. Wir brauchen noch Grout. Wir brauchen Grout. Ne, wir brauchen Grout, habe ich gesagt. Wir brauchen halt Sand und so früher. Kann man den nicht auf dem Crushing-Table machen? Das wäre richtig geil. Nein. Kann man nicht. Schade. Gut, dann müssen wir das halt auf normale Weise machen. Das große Problem wird jetzt sein, was ich habe. Ähm, wo soll ich das hier machen? Weil halt alles Cobblestone ist. Ist ein bisschen schwierig. Aber trotz allem kriegen wir das irgendwie hin. Warte mal. Ich hau mal die Bäume hier weg. Dann mach ich das hier. Und ich bin, glaube ich, sogar immer, bin ich noch im Urlaub bei der Folge. Kann sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig. Kann aber tatsächlich sein. Also seht mir nach, wenn ich noch im Urlaub sein sollte. Okay. Ach, das geht wieder nicht, ne? War ein Schmock. Bin ganz schön belastend, dass der One nicht, äh, draufbauen kann, ne? Ich finde, mir kommt, ist komisch. Okay. Aha, 63 Stück waren es. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt nochmal machen, weil wir müssen ja auch Sand haben, ne? Ich mach das doch jetzt, glaube ich, so. Mist. Da ist mein Hammer kaputt. Ganz so frech. Dass er einfach kaputt geht. Das alte Lumpen-Louis. Das ist, glaube ich, echt immer das Schlimmste, meine ich, oder? Jetzt ohne Scheiß, weil ich bin auch blöd. Warum mach ich denn nicht die Compress-Sachen? Das hab ich doch. Nee, 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 nee. Mach doch doch so, hä? So einfach. So einfach. Viel einfacher so, hä? So, wir machen jetzt, ich würde sagen, ich wollte jetzt ein bisschen viel das, ne? Machen wir nur zwei. Zwei sollten reichen. Ohne Scheiß. Dann haben wir 18. Wir brauchen ja noch ein bisschen. Wir brauchen jetzt nicht elendig viel. Ähm, wir brauchen jetzt nicht elendig viel, ähm, Clay. So. Das bauen wir mit auseinander. Nö. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Clay. Nö. Ich hab da mich wieder vergessen. Ich hab das dann, dass ich das ja... ...so gemacht hatte. Ich will sagen, machen wir erst mal so... ...sechs. Problem ist, ich hab nämlich keinen Bock da jetzt Ewigkeiten zu machen. Deswegen, wir hauen den jetzt erstmal da rein wieder. Eigentlich brauchen wir ja gar nicht mehr so viel. Wir brauchen noch drei, fünf, sechs, sieben erstmal, Blöcke. Das reicht nicht. Schadam, wir müssen doch noch ein bisschen mehr machen. Lammdachst! Und dank für die ganzen Tipps auf jeden Fall in den Kommentaren. Wollte ich auch nochmal gesagt haben. Ich bin für Tipps immer natürlich bedankbar. Also, wenn du einer Tipps hat zum Kappa-Mode hier, gerne. Klar. Und, ja. Ja. Wie gesagt. Tipps, gerne. Ist nicht das Problem. Ich beiße nicht. Weiß, das wisst ihr, glaube ich, alle. Oh. Ja, wenn auch. Also, das wäre neu, wenn ich beißen würde. So. Hören wir mal wieder ein paar Mops schmieren da hinten. Eine schmieren. Na, na, na. Du kleines Skelett. Die will chicken. Alter, was geht denn hier? Was ist mit dem chicken? Noch eins. Achso, im Prinzip ist das dann... Erst ein normales chicken und dann wird er zu so einem evil chicken. Ah, ja. Da haben wir noch einen Krepel. Ein Krepel war das. Okay, okay, okay. Dann, ich verstehe. Da heißt das, das ist erst ein normales Tier und dann ist es erst ein chicken. Äh, evil chicken. Und dann kommen wir nun weg. Ich habe einen Domino Special gekriegt. Die ist gut. Die ist richtig gut. Shadow Fragment und Strings. Die ist echt gut. Die macht 29 Keulen. Das ist der Shit. Die Domino Special. Die ist richtig gut. Wenn man die bauen kann, die ist perfekt. Es gibt noch bessere Sachen. Aber, für den Anfang ist es egal. Kommt noch eine Drain hin. Auf jeden Fall. Können wir auch mal kurz machen. Die Drain. Eine Drain. Eine Drain. Eine Drain. Wir müssen noch ein Faucet machen. Außerdem fällt mir gerade ein. Hier ist ein Ding zu wenig. Was soll das? Eben sollte ich mich. Haben wir hier ein Stück vergessen. Geht ja gar nicht. Ich muss noch so ein Clay Faucet machen. Porzellan Clay. Da ist ein Ding. Da braucht man nämlich drei. Wir haben noch drei gehabt. Wir brauchen drei Bone Meal. Dafür. Dann müssen wir das haben. Und dann müssen wir das einmal brennen. So. Dann haben wir nämlich auch gleich das Ding. Das brauchen wir noch drei Blöcke. Und den Rest können wir eigentlich. Da haben wir die drei Blöcke schon. Eins, zwei, drei. So. 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 Dann müssen wir es noch einmal. So. Habe ich den Befehl noch? Ich hoffe. Habe ich. Mr. X Joker. Okay. Sehr gut. Auch erledigt. So, haben wir dann auch erledigt, dann machen wir jetzt mal weiter. Gucken wir mal, ist der schon durch? Was haben wir noch? Ich glaube wir sind durch, oder? Ne sind wir nicht, wir haben kein Laber mehr. Ist aber nicht schlimm, weil wir können eigentlich schon anfangen. Aber wir haben, wir nehmen uns jetzt also, wir versuchen das jetzt. Komm, wir versuchen es jetzt. So, wir machen jetzt mal einen Controller. Hab ich. Wir machen den Tank. Haben wir. Wir machen den Basin. Und den Casting-Table. Das Faucet. So. Und den Basin brauchen wir. Zack. Wir brauchen ein Casting-Table. Wo ist er? Da. Ne, das war andersrum. Zack. Und da brauchen wir das Faucet. So. Jetzt haben wir dadurch fertig. Schon mal geiles. Sondern wenn wir den Controller hinstellen, wir werden da den Tank hinstellen. Die ist an. So. Dann stellen wir, ich sag mal auf der Seite hier unser Ding ins Kirchen hin. Und hier stellen wir das Ding hin. Also was wir jetzt noch brauchen ist Lava. Und wir brauchen noch die anderen Sachen die da liegen. Die Hopper und so. Ach. Ich hab keinen Schiesel. Äh. Keinen Stein mehr. Kein Schiesel. Schiesel mein Niesel. So. Nicht bei euch. So. Und ich da auch die Kiste hin wieder. Da ist noch das Ding dann. Alles noch normal. Rudimentär hier gebaut. Muss man ja sagen. Normal Kistchen und so. Aber das ist tatsächlich so. Find ich. Tanken einfacher. So. Das haben wir. So. Die Dingens haben wir auch. Dann das Faucet müssen wir da dran machen. So. Jetzt brauchen wir noch die Klocken so. Das hier. Wollte ich das gar nicht brauchen. Ne? Oder? Obwohl. Aber das kann ich jetzt lustigerweise auch von der Seite machen. Das finde ich mich gut. So. Dann brauchen wir noch die Klocken. Falter. So. Im Prinzip brauchen wir nur noch drei. Aber wir können eigentlich alle rausholen. Die kommen wir hier hin. Fertig. So. Haben wir. Easy. Ich habe ja überhaupt so lange benutzen. Überhalten. Das heißt. Tinkers haben wir jetzt auch. Durch. Sehr gut. Das ist schon mal ein Fortschritt. Tatsächlich. Tinkers. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Das wir Tinkers fertig haben. Habe ich nicht Stein gebrannt? Da. Da. Ich hatte doch Stein gemacht. Wollte nicht mal gucken. Was damit so möglich ist. Vielleicht sind ja auch lustige Sachen. Ähm. Die Frage wäre. 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 White Bricks. Schauen wir mal. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen. Hier. Ja sowieso. Das ist eigentlich hier durch. Eigentlich ist das okay, oder? Oder wer bis da. Frage wäre natürlich. Was mache ich da als Ecke? Weil ich meine. So geht es tatsächlich. Wenn wir dann sagen. Wenn man so. Erstmal. Vielleicht hier in der Mitte noch. Fertig. Erstmal. Okay. Aber wir müssen dann erstmal gucken. Ob wir noch dahin machen. Das weiß ich halt noch nicht. Ein bisschen. Wir haben ja was schwarzes oder so. Aber. Es gibt wahrscheinlich viele gute Blöcke hier. Aber das muss man aber erstmal haben. Das ist halt das Problem glaube ich. Ja. Kohle ist klar. Quarz. Ja genau. Block of Nessers. Genau. Kein Problem. Nickel. Compressed. Plastik. Enderium. Logisch. Da muss man mal gucken. Machen wir mal Edge Shizzle. Guck mal da. Gibt es so. Irgendwas. Zertus Quarz. Bricks. Ist eigentlich auch geil. Aber da muss man halt viel. Ähm. Clay für haben. Ähm. Konkret. Klar. Aber Konkret ist halt ätzend zu machen. Glaube ich. Ja. Da brauchst du dieses Powder halt. Nervig. Du brauchst halt schwarzes, schwarze Farbe dafür. Aber das ist nervig. Wenn du die Sachen dafür hast. Das ist dann nicht ein Problem. Konkret ist natürlich cool. Ja. 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 Granit. Terracotta. Inva. Lavastone. Ist auch geil. Tatsächlich. Hm. Könnte man sogar bauen. Ohne Props. Aber da brauchen wir halt halt ne. Da brauchen wir halt jetzt dann auch Lava und so für. So. Wir bauen uns mal kurz noch die eine Faucet. Zeit. Dass wir die auch haben. So. Damit haben wir glaube ich die komplette. Schmelze schon mal auf zwei Höhe. Das ist schon mal gut. Und ähm. Ähm. Ich glaube die Chunks. Die werden glaube ich nicht verdoppelt. Oder? Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht. Also ich packe jetzt mal zwölf rein. Gucken wir mal. Was passiert. Ich glaube aber nicht, dass sie verdoppelt werden. Also wir werden es sehen. Ohne Superhelfer. Ah- Grazie. Hey, Tim! Gucken wir mal, 2 Blocks, 6 Ingotts sind, 18, doch, und doppelt das wohl, sehr gut. Hätte nicht sein können, dass das im Cover-Mode vielleicht nicht geht, aber gut zu wissen, dass das funktioniert, das heißt wir kriegen jetzt hier Eis, das ist gut, easy, sehr cool. Dann würde ich aber trotzdem sagen, jetzt erstmal, wir bringen die Folge jetzt erstmal wieder, wir haben jetzt wieder über 20 Minuten, ne, schon 22, ne, da ist ein böses Schaf, ein Demon Sheep, ähm, jetzt machen wir kurz die zwei Mobs hier noch platt eben, so, haben wir eine Lootback wieder, wir haben über Tat, wir kriegen auch sehr viele Popkin Seeds, die haben wir noch nicht, noch ein Lootback, okay, okay, müssen wir kurz leerräumen, muss leerräumen, oh mein Gott, Kohle, kommt da raus, gib die Kohle her, den Hammer, nein, du, kannst da rein, ciao, muss mehr Kisten haben, ohne Scheiß. Wir haben schon wieder ein Arc Fairness und ein Marshmallow und, was? Make a Marshmallow, ja, easy. Gut, dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder lasst einen Kommentar dazu da, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer, bis zum nächsten Mal, zu einer Runde Projekt Ozone Nummer 3. Tschüssingen! So. So. Vielen Dank.